wenn du wüsstest was du jetzt für ein schönes leben hast du trüffelschwein es gibt erst mal wieder was wenn du auf dem lkw stehst ja wir wissen alle wer das machen sollte wir sind jetzt von der autobahn abgefahren aber wir fahren gerade zur weide der züchter fährt uns gerade voraus weil wir hätten uns mal wieder verfahren wir hatten zwar schon mal hier aber naja nächstes thema aber hey wir sind gleich da das dort oben am wald oder wir sind gleich da und dann kommt rasti jetzt auf die weide zu den kühlen und zu den anderen pferden wo er schon mal stand das wird sich auch nicht wohlfühlen nur das wird das nicht so toll irgendwie regnet es ein bisschen passen zum tag oder es kommen tropfen vom himmel sind das nicht schon seine kühle weiß ich nicht kann sein ne seine hat noch gerne irgendwie gehabt vielleicht sind das ja auch seine aber guck mal da kommt er glaube ich hin guck mal da ist ein pferd aber wir sind woanders als letztes mal ne, die koppel ist das glaube ich schon nein sind wir noch weiter gefahren das letzte mal ja das ist es nicht das ist nicht das wir können wir sind die 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.